Hell, aber wir gehen ja heute auch an dunklere Orte wieder, also von daher war es schon. Ein bisschen ausgekippt, ist immer wieder lustig. Finde ich eigentlich sogar ganz passend. So! Willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir haben Blythe getötet beim letzten Mal, das tut mir immer noch so leid. Da oben ist noch viel, viel los. Ich möchte mal heute ein bisschen auf Bossjagd noch gehen. Im Atlas-Platon habe ich glaube ich auch noch nicht alle gefunden. Und dann müssen wir doch langsam die Hauptstadt bearbeiten, glaube ich. Ich bin aber immer noch nicht zufrieden, wie das ausgekippt ist hier. Das ist ja ekelhaft gerade. Warte mal, wir machen mal Folgendes. Ich muss das mal in eine andere Position einnehmen. So, und dann schauen wir mal, ob ich beim Filter schneller ausabarbeite. Bevor es hier direkt losgeht. Jetzt mal kurz den Filter zurück. So, jetzt muss ich doch nur den Riegel eigentlich... Ja, komm mal. Tamam. Läuft alles, ne? So. Gut. Ähm. Ah, nerven nicht ganz ausrechnen. Da ist immer noch ein bisschen Geflirre im Hintergrund. Kleinen Moment. Das haben wir gleich. Ne, der war's nicht, der hier war's. Haben wir dich jetzt? Die schauen wir jetzt. Kontrast könnten wir ein bisschen... Oh, ich muss vergehen. Oh, ne Helligkeit geht ein bisschen runter. Das war zu viel. So, so gefällt mir das doch viel besser. Okay. Also. Äh, hier in der Nähe soll nämlich auch noch so ein Reiterlein sein. Da würde auch wieder nachts was kommen. Ich würde gerne mal solche Reiter jetzt besiegen. Warte mal, macht er noch den Bruch. Also irgendwas ist mit meinem Kopfhörer los. Ich hab das Gefühl, es ist alles ein bisschen schlechter geworden. Aber da ist er schon. Guck mal, der kam ja ganz schön da raus. Gude! Okay, der haut böse zu. Sollte aber eigentlich kein Problem darstellen. Außer ich mach so einen Scheiß, ja? Was mucken die denn jetzt auf? Hallo? Ich hab mein Pferd gekillt. Ja, ist ja gut jetzt mal. Reicht doch. Reicht jetzt, oder? Was mücken die denn jetzt mit? Hallo? Die haben einfach aufgemuckt. Ich hab mein Pferd. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell heilen. Ich muss jetzt mal die Typen loswerden. Reicht jetzt! Was muckt die denn hier auf? Hey! Piss dich jetzt so, Bauer. Okay! Das war knapp. Willst du mich eigentlich gerade voll verarschen? Pack doch nicht! Den sollte ich aber schaffen. Jetzt. Das war knapp. Hey! Nein! 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 In dein Face! Das war der erste Boss des Abends. Nicht gut. Ich muss wissen, das reicht immer noch nicht zum Aufstieg, oder? Da habe ich... Hm, das reicht immer noch nicht zum Aufstieg. Ärgerlich! Das war fast, ne? Ja, noch ein bisschen. Okay, wenn wir schon mal dabei sind. Komm, versuch mir den Abends der Brücke auch, oder? Wenn wir schon dabei sind, dann versuch mir beide. Kurze hier noch und chillen. Kurze hier noch und chillen. Na, miss me? Der haut viel schlimmer, als der andere eben. Vor allem hat er auch eine viel gefälligere Reichweite. Guck mal! Der Pferd passt, geht schon wieder. Der Pferd passt, geht schon wieder. Der Pferd passt, geht schon wieder. Nein! Lass mein Pferd haben bleiben. Shit. 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 okay that's why i'm a bit too greedy er hat schon wieder sein pferd zurückgerufen na gut wenn sie sein muss okay hat mein pferd gekillt hat mein pferd gekillt geh weg ich ja ich hing an der ecke fest ich konnte nichts machen ich konnte nichts machen ja reicht jetzt reicht reicht okay scheiße weg 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 ich bin ja nicht mal aufgestanden sollte vielleicht doch echt einen anderen boss suchen gehen aber kann jetzt mal na 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 Ja, reicht. Das war doch nice, aber ich habe mehr das Pferd getroffen als ihn. Reicht jetzt. Komm. Ich will sein Pferd da ankriegen. Uäh! Mhm. 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 Das war trotzdem effektiv, auch wenn er mich böse erwischt hat. Nein, 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 nein. Nicht zu greedy werden. Das ist nur das Problem. Ich bin immer zu greedy. Wenn ich mehr ihn treffe, könnte als das Pferd, wäre er halt noch geil. Scheiße! Ich war überhaupt nicht greedy. Was macht der? Okay, okay, okay. Was wird das? Was wird das? Nein! Lass mich in Ruhe. Ich will mein Pferd rufen. Lass mich doch in Ruhe. Hey! Ich muss mein Pferd rufen. Warum fragt ihr in der Spiele mehr? In den ungünstigen Zeitpunkten. Ich hatte so einen guten Lauf bis eben. Ich habe zweieinhalb Tränke komplett gewastet. Hidden run, hidden run. Hidden run! Scheiße! Nein! 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 Ey, guck mal! Ich hätte mich heilen müssen! Was mache ich denn? Das Problem ist es immer, dass die Zeit weitergeht dann, wenn man drauf geht. Wenn ich mit explaining. Ich Graduate Nein! Ich habe recht. Warte. Oh! Warte! Nein! Ich hab schon kapiert, dass eigentlich auf der anderen Seite mehr Probleme hat, mich zu treffen. Obwohl er auch einen Rundumschlag hat. Okay, reicht jetzt. Reicht jetzt, hab ich gesagt. Heilig, 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 heilig. Diese scheiß Pferd. Was ist denn jetzt los? Warum fällt Ihnen hier alles? Ich treff hier gar nichts. Reicht. Oh, reitet der lang? Er kommt zurück. Ja, komm, komm, komm. Scheiße, ich wollte sein Pferd vorher down haben, bevor der Mainz down gemacht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss was probieren. Aber ich muss mich heilen. Scheiße. Das hat's gar nicht gebracht. Willst du mich eigentlich voll verarschen spielen? Ich komm nicht weg. Rufe doch mein fucking Pferd jetzt. Ja. Warum hat denn der so viel Energie? Ja. Ich weiß nicht, da kommt ein Schwinger. Okay, ich wollte es um alles verarschen. Das muss ja auch auf einer Brücke sein, bei der überhaupt kein Platz ist. Jetzt hat er mich doch getroffen, ich wollte schon sagen. Reicht, 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 ey, nee, guck mal, fragt doch nicht dauernd. Das war gut, sowas nochmal, noch zweimal, dreimal, dann hätte ich ihn. Bitte, spiel! Ich geh auf der Musik und heil jetzt. Hääääh, ich hänge fest! Schleif! 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 Komm schon, komm schon, komm schon. Bleed. Bleed. Wo ist denn mein Bleed Damage? Alter, war das knapp, ey. Bluthundschritt. Ah, dass dieser Blatthahnstabon nicht wieder redet. Ai, 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 karamba. Der war ein Krampf.